Herr Bayer, eines der größten Probleme von Unternehmen heutzutage ist es ja, qualifiziertes Personal zu finden erst mal und dann auch noch langfristig zu binden. Sie sagen, auch hier gibt es eine Ideallösung über die eigene Unternehmenskasse. Wie funktioniert Ihr Mitarbeiterbindungsmodell? Bei Mitarbeiterbindung ist es vor allem wichtig, dass man den Mitarbeiter Bezüge, Zuwendungen zukommen lässt, die möglichst effektiv sind, einen hohen Effektivität und Wirkungsgrad haben und die zu möglichst wenig oder keinen Liquiditätsabfluss führen. Wenn wir hier, wie in unserem Fall, auch noch Liquiditätsgewinn produzieren können, gleichzeitig mit der Weiterbindung, ist das natürlich der Idealfall.